Hallo, hier in der Schweiz wird gerade wieder rege diskutiert, ob unsere Primarschüler mit zwei Fremdsprachen überfordert sind. Meine Schüler und ich finden nicht. Die Schüler, die Sie gleich sehen werden, lernen seit dreieinhalb Jahren Englisch und seit eineinhalb Jahren Französisch und kombinieren dabei das Schullehrmittel mit der Birkenbihl-Methode. Hier ein kurzer Einblick in den Französisch-Unterricht. Viel Spass! Hallo? Hallo? Hallo, Chantal! Hallo, Daniel! Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's heute? Ja! Und wir machen die Biscuits für Weihnachten. Ja, gut. A welche Uhr? A zwei Uhr. Ok, wir sehen uns. A bald. 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 den Playlist. Viel Spass beim Stöbern. Tschüss.